Guten Abend miteinander. Dass der Orangensaft oder überhaupt Fruchtsaft ständig an Beliebtheit zunimmt, ist eigentlich nicht erstaunlich. Sie löschen ja nicht nur den Durst auf eine frischende Art, sondern versorgen uns gerade auch noch mit Vitaminen und schauen dafür, dass wir munter bleiben. Hier im Hochland von Sao Paulo in Brasilien mit Millionen von üppig, grünen und fruchtbaren Bäumen liegt die Heimat vom Kopf-Orangensaft. Rund 10 Monate im Jahr dauert die fast ununterbrochene Pflücksaison, die für Tausende von Menschen Arbeit und Lohn bedeutet. Pausenlos treffen jetzt Camions vollbeladen in der Fabrik. Während 24 Stunden im Tag werden die Orangen sortiert und kontrolliert, gewaschen, auspresst und schonend zu Konzentrat verarbeitet. Per Schiff, Bahn und Tankwagen kommt der konzentrierte Saft auch in die Schweiz und zu Coop, wo er nach einer sorgfältigen Eingangskontrolle aufbereitet, schonend pasteurisiert und auf dieser Hochleistungsanlage in die praktischen PurePack abgefüllt wird. Neben dem Orangensaft operiert in der Coop natürlich noch weitere fruchtige, frische Durstlöscher. Unter anderem der neue Tropical Nectar aus der Fitnesslinie. Er hat 50% weniger Kalorien und ist paradiesisch gut. Auch im nächsten Beitrag geht es um Coop-Neuheiten, und zwar aus dem Bereich von Tiefkühlprodukten. Rund 2,5 kg Orangen sind in diesem Döschen versteckt, konzentriert und unzuckert. Und wenn Sie diese mit vier Teilen Wasser verdünnen, gibt es einen Liter herrlich erfrischenden, 100%-igen Orangensaft. Auch die Pariser Gipfelchen gibt es jetzt von Goldstar. Sie sind backkaufenfertigt, man muss sie nur noch mit Ei- oder Kaffeerahm vorm Backen einstreichen, und dann sind sie in wenigen Minuten knusprig frisch zum Zmorgen parat. Zum Aperitif als Vorspeis oder Beilage eignet sich die dritte Goldstar-Neuheit. Die ebenfalls vorgebackenen, knusprigen Mais-Nuggets. Am besten servieren Sie dazu die abwechslungsreiche Meditateur-Soße auf Joghurtbasis. Zum fünften Mal bereit, ziehen wir den Gewinner im grossen Go-Jubiläum das Markenspiel. So, und in wenigen Sekunden wissen Sie, ob Sie sich für die richtige Marke entschieden haben. Das Glücksrad ist also angerollt. Wir warten mit Spannungsresultat. Und Glück hat heute, wer Marke Pepita auf die Postkarte geschrieben hat. Die nehmen also alle an der Verlosung teil. Danke dir, Philipp. Die Eva ist meine Glücksfee für heute. Und hoffentlich auch ihre. Der erste Preis geht an die Frau Hermina Huber an der Hofstättli-Strasse 7 in 6467 Schattdorf. Herzliche Gratulation. Kein Glück brauchen Sie beim Rezept dieser Woche. Das gelingt Ihnen auch sonst. Guten Abend. Vielleicht haben auch Sie schon Gäste eingeladen, sich sehr darauf gefreut, aber nicht gewusst, was Sie kochen sollen. Genau für diesen Fall ist unsere dritte neue Rezeptserie gedacht, die wir Ihnen von jetzt an regelmässig zeigen möchten. Pro Person brauche ich zwei Lamp-Jobs anbraten. Hier habe ich Champignons, Zitronensaft, Zwiebeln und Gewürze. Dann dämpfe ich die ausgekühlte Füllung auf einer Blätterteigrechnung. Darauf gebe ich einen Lamp-Job. Dann bestreiche ich die Ränder mit Wasser. Dann mache ich ein Päckchen daraus. Dann bestreiche ich das mit einem Ei. Dann bestreiche ich den Stich drei- bis viermal mit einer Gabel ein. Dann kommt das in den Ofen, ca. eine halbe Stunde. Zu diesen Lamp-Jobs passen sehr gut Brokkoli und ich bin sicher, auch ein verwöhnerer Gast wird damit zufrieden sein. Für die schnelle Küche offeriert Ihnen Coop das Satrap Mikrowellengerät für nur 195 Franken. Alle Vollwäsche mit Gliffhackungen an 5 Kilo oder 5,5 Kilo sind jetzt 4 Franken günstiger. Zum Beispiel 5 Kilo Ohm gibt es für nur 15,50. 4 Liter Coop Eistee oder Coop Eistee-Kalorien an gibt es für nur 2,80. Das Kilo Jaffa Orange in der Tragtasche für nur 1,50. Und zum Morgen bekommen Sie bei Coop köstliche Butterzöpfe für nur 3,50. Und das ist Coop Jubiläumsangebot. 3 Tauben Tomy-Mayonnaise für nur 5 Franken. Sie sehen, einkaufen bei Coop lohnt sich immer. Adem miteinander, bis zur nächsten Woche und in gleiche Zeit.